Schaut Ghost Force im Disney Channel. Oh nein! Crush, vergiss diesen dämlichen Trick. Du musst dich endlich konzentrieren. Und zwar auf den Kampf und nicht auf die Karten. Moment! Wir hatten doch einen Plan. Wieso bist du so vernaht in diesen billigen Kartentrick von Professor Pascal? Weil das nun mal mein Ding ist. Andy ist der witzige Typ, du bist die mutige und ich? Ich sollte eigentlich das Superhirn unseres Teams sein. Tut mir echt leid, aber ich muss diesen Trick durchschauen. Ich kann einfach nicht anders. Verstehe, aber man kann nicht jeden Trick auf Anhieb durchschauen. Die Antwort offenbart sich dir bestimmt schon bald von selbst. Du hast recht. Ich komme schon irgendwann dahinter. Aber fürs Erste müssen wir diesen Geist einfangen. Globo, volle Bu-Kraft voraus. Spektralportal! Klackteilkeule! Oh! Oh! Hm? Oh! Oh! Whoa! Ah! Ah! Dein Einsatz, Mist! 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 Kumpel, das war Zauberat. Abra-Kadabra! Yeah! Ich hab noch nen Trick auf Lager. Gromax! Ja, ich hab noch einen Trick auf Lager. Ja, ich hab noch einen Trick auf Lager. Ja, ich hab noch einen Trick auf Lager.